Hallo liebe Motorsportmagazin.com, Freunde aus der falschen spanischen Stadt, muss man leider sagen, aus Barcelona. Jetzt müssten wir in Jerez de la Frontera sitzen, denn da testet die Formel 2 und mit der Formel 2 natürlich auch Mick Schumacher. Ja, der Testauftakt für ihn lief sehr, sehr gut. Viel versprechend, er fährt er auch für das Top-Team Prima in der Saison 2019 in der Formel 2. Das steht ja schon länger fest. Das sind auch nicht seine ersten Formel-2-Testfahrten. Die hat er schon in Abu Dhabi absolviert, damals im Anschluss an die Formel 1-Test und an das Formel 1-Rennwochenende hat er auch noch die Formel 2 dort getestet. Also, Fahrzeug hat sich über den Winter nicht verändert. In der Formel 2 ist vieles gleich geblieben. Insofern nicht besonders neu für ihn, aber als Rookie ist es trotzdem natürlich noch eine neue Serie. Rennen ist er ja noch nicht gefahren. Wieso sprechen wir über Mick Schumacher, wenn wir hier in Barcelona sitzen bei der Formel 1? Ja, weil sich die Gerüchte, dass er schon 2019 an einem Formel 1-Auto sitzen könnte, tatsächlich verdichten. Ich habe ihn in Abu Dhabi getroffen und habe ihn damals gefragt, wie sieht es denn aus? Formel 2 ist das erste Mal im Dunstkreis der Formel 1, denn Formel 3 Europameisterschaft, was es ja noch war, als er dort gefahren ist. Und Formel 4 fahren beide nicht im Rahmen der Formel 1. Formel 4 waren nationale Rennserien in Deutschland und in Italien. Formel 3 war im Rahmen der DTM. Formel 2 fährt ja ihre ganzen Rennwochenenden, auch wenn nicht alle mit der Formel 1. Aber alle, die die Formel 2 fährt, sind im Rahmen der Formel 1. Sei es, man ist am gleichen Wochenende, an den gleichen Strecken wie die Formel 1. Und da würde es sich natürlich ein bisschen anbieten, mit dem Namen Mick Schumacher, mit der Erfolgsgeschichte, die er in der jüngeren Vergangenheit hat, vielleicht auch mal ein Formel 1-Auto zu testen. Vielleicht mal einen Freitag oder bei den In-Season-Tests oder wann auch immer. Damals in Abu Dhabi hat er mir noch gesagt, nee, steht aktuell gar nicht auf der Liste. Sein Fokus ist 100 Prozent die Formel 2. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Ich meine, in der Zwischenzeit hat sich natürlich auch was getan. Er ist jetzt offiziell Ferrari Junior, teil der Ferrari Driver Academy. Da haben wir ja schon einige von jetzt gesehen. Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi. Die haben in diesem Jahr beide ihr Stammcockpit, eine sogar wirklich im Werksteam von Ferrari. Und wie sieht es mit Mick Schumacher aus? Ist der vielleicht der Nächste, der den Sprung in die Formel 1 schafft? Und die Gerüchte verdichten sich, ich hatte es gerade angesprochen. Es scheint die Möglichkeit zu geben, nicht nur einfach bei Ferrari zu testen, sondern auch noch bei Alpha. Das ist ja ein Satellitenteam, wenn man so will, von Ferrari. Man hat auf jeden Fall politischen Einfluss, auch wenn es kein Ferrari ist, der nur in einer anderen Lackierung ist. Das ist ja alles nicht erlaubt in der Formel 1. Das Auto wird auch noch tatsächlich in der Schweiz entwickelt. Es sind die Sauberleute, sind ja noch alle da. Aber der politische Einfluss, den man da natürlich drauf hat, Alpha gehört ja zum Fiat Chrysler Konzern, wie auch Ferrari. Der ist natürlich schon groß und da kann man die eigenen Junioren sehr, sehr gut unterbringen. Alpha, Teamchef Frederic Vasseur, hat das Ganze auch gar nicht verneint. Hat natürlich jetzt auch noch nichts bestätigt, dass das so kommen wird. Aber die Chance besteht natürlich. Es macht natürlich auch für Alpha und auch tatsächlich, muss man sagen, für Ferrari Sinn, den Juni mal fahren zu lassen. Denn es gibt zwei In-Season-Tests. Also wir reden jetzt nicht von Freitagstests, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber In-Season-Tests gibt es zwei Stück. Jedes Jahr, das sind nach Grand Prix-Wochenenden, wird Dienstag und Mittwoch getestet. Und in diesem Jahr, das war relativ spät, erst bekannt, erst vor ein paar Tagen so richtig offiziell, wird es in Bahrain und in Spanien sein. Bahrain bietet sich diesmal an, weil es kein Back-to-Back mit China mehr ist und deswegen macht man die Testfahrten dort. Und zwei dieser vier, also insgesamt sind es vier Testtage, zwei dieser vier Testtage muss jedes Team einem Young Driver widmen. Das heißt, ein Young Driver muss da im Auto sitzen. Was ist ein Young Driver? Das ist ein Pilot, der noch nicht mehr als zwei Formel-1-Starts auf dem Buckel hat. Und bei Ferrari ist das natürlich ein bisschen schwierig. Die haben natürlich Charles Leclerc und Sebastian Vettel, die fallen auf jeden Fall raus. Antonio Giovinazzi fällt dann auch raus, der in der Vergangenheit diese Ferrari-Tests noch durchführen konnte, als die sogenannte Young Driver. Und zwei dieser Tage müssen eben an einen jungen Nachwuchspiloten gehen. Und da bietet sich natürlich Mick Schumacher an, ist natürlich auch nicht der einzige Kandidat in der Ferrari Driver Academy, aber mit unter einer. Das heißt, sowohl bei Ferrari besteht eine reelle Chance, dass Mick noch im Auto sitzen wird in der Saison bei Testfahrten, als auch bei Alfa. Da gibt es natürlich auch noch Haas, aber da ist der Einfluss dann nicht mehr ganz so groß. Aber nichts ist unmöglich, wie es bei einem anderen Automobilhersteller so schön heißt. Auch noch ein ganz interessantes Thema, wenn wir schon über Mick Schumacher sprechen, ist natürlich Formel 2 im TV oder wo auch immer, oder F1 TV im Stream. Da gibt es noch keine großen Neuigkeiten. Ursprünglich sollte ja schon im letzten Jahr die Formel 2 auch gestreamt werden auf F1 TV. Da haben wir noch nichts Neues gehört. Wir sind mal gespannt, ob das da integriert wird. Und TV. Sky überträgt ja wieder die Formel 1. Die Formel 2-Rechte sind aber noch nicht vergeben. Das heißt, die Formel 2-Rechte sind jetzt weder vergeben an Sky noch an RTL noch an irgendwen anders. Da laufen die Verhandlungen aktuell auf Hochtouren. Wir hören, dass in Charest auch schon wieder RTL-Redakteure sitzen und ein RTL-Kamerateam. Die begleiten ja Mick schon sehr exzessiv, auch in Abu Dhabi. Als ich dort war, bin ich auf einem RTL-Team getroffen. Also die lassen da auf jeden Fall mal nichts aus. Das ist natürlich eine Goldmine, die RTL dann noch irgendwie hat. Und da würde es natürlich Sinn machen, auch die Formel 2 irgendwie mit ins Programm zu nehmen. Die Frage ist dann, RTL Nitro, NTV, wo auch immer das dann in der RTL-Sendergruppe laufen wird. Daran scheint es aktuell auch noch ein bisschen zu hapern, dass Liberty Media das auch ein bisschen präsenter im Fernsehen gerne platziert hätte. Und nicht auf einem Spatensender und dann mal da und dann mal da. Sondern ein bisschen Konstanz reinbringen würde, was man so im Hintergrund hört. Sind wir mal gespannt. Es besteht auf jeden Fall die Chance. Nicht nur, dass Mick Schumacher auch schon im Formel 1-Auto sitzen wird, sondern auch, dass man ihn im Fernsehen dann sehen kann, wenn er seine Formel 2-Rennen fährt.